Der Dorsten-Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Am Mittwoch, den 18. Oktober gegen 11 Uhr vormittags, erreichte die Dorstner Feuerwehr die Nachricht, dass im ersten Obergeschoss über dem Teddy-Markt in Holsterhausen ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Rettungskräfte quoll bereits dichter Rauch aus den Fenstern. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der unklaren Zahl der darin befindlichen Menschen alarmierte die Feuerwehr gleich sechs Löschzüge. Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Borkener Straße zwischen Freiheitsstraße und dem Restaurant El Tori. Nach ersten Meldungen gab es keine Schwerverletzten. Bei den renommierten Trendents Awards in Berlin hat die Stadtverwaltung Dorsten mit ihrer Recruiting-Kampagne Du bist der Schlüssel den dritten Platz belegt. Durch Du bist der Schlüssel zeigt die Stadt Dorsten, wie modernes Recruiting im öffentlichen Sektor erfolgreich umgesetzt werden kann. Am Wulfener Wappenbaum befindet sich ein neues, praktisches Kunstwerk. Mit der Unterstützung der Vereinten Volksbank, die einst die Volksbänke gesponsert hatte, haben neun Schülerinnen und Schüler der Montessori-Realschule eine bunte Sitzbank im Pop-Art-Stil gestaltet. Joshua Hildebrandt, liebevoll Joschi genannt, übernimmt die Leitung des Rottmannshof in Wulfenbarkenberg. Dies ist eine überraschende Neuigkeit für die jungen Besucher im Stadtteil Barkenberg, denn Joschi bringt frischen Wind in das bereits gut etablierte Jugendhaus. Viele kennen Hildebrandt von seiner mehrjährigen und stets engagierten Arbeit im Leo im Herwest. Ich hatte mich ein bisschen davor gefürchtet, gab Detlef Lichtrauer zu, als er am vergangenen Wochenende ans Rednerpult trat. Mit diesen Gefühlen war er nicht allein. Rund 120 ehemalige Verschickungskinder hatten den Weg in den Treffpunkt Altstadt gefunden. Es war eine sehr bewegende Zusammenkunft, als der Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen NRW e.V. zum Begegnungstag in den Treffpunkt Altstadt geladen hatte. Es wurde viel geweint, erzählt Detlef Lichtrauter, aber dennoch haben wir vor allem das Positive in den Vordergrund gestellt. Bald wird es wieder laut auf dem Acker. Auf dem Maisfeld links drehen Kleinkrafträder wieder ihre Runden. Am Samstag, dem 21. Oktober, treten 30 Mofas und über 60 Pilotinnen und Piloten zum Rennen an der Galner Straße an. Noch ist das Gelände eine unscheinbare Wiese, aber am Samstag dürfte sich schnell eine erdige, anspruchsvolle Rennbahn gestaltet haben. Dafür werden nicht nur die 30 Kleinkrafträder, sondern womöglich auch der eine oder andere Regentropfen sorgen. Wir sind da wetterfest aufgestellt, so Florian Klumpfers vom Verein Hart am Limit. Die Rennteams bringen ihre eigenen Pavillons mit und auch für die Zuschauer wird es Unterstellmöglichkeiten geben. Dorsten Online – Die Woche Der Dorsten Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank.